Musik Es ist sehr schön, dass Sie auch wieder alle kommen. Wir sind in einem ganz tollen Museum, in Koblenz, in dem Forum Mittelrhein. Hier unten ist eine Sonder-Ausstellung und oben gibt es in sehr sehr schönen Räumen noch eine große Ausstellung über Koblenzer, Bilder, Rhein und so weiter. Hier ist eine Sonder-Ausstellung von einem Mann, das ist Berner Kröner. Ein Mann, der ist schon über 70, der immer sehr große Bilder gemalt hat, sehr expressiv. Er hat aber vor zwei Jahren angefangen, Pressebilder, besondere Pressebilder zu nehmen, sich anzusehen und zu verarbeiten. Das ist ein Kunstbild für mich. Und was dort hinten liegt, ist ein Pressebild. Sie sind sehr schön, sehr schön. Sie sind sehr schön. Sie sind sehr schön. Und hier hat er ein Weltkinder von einer Datenautobahn, also Internet. Und das Bild ist auch hier zu sehen. Und er hat eine solche schöne Landschaft genommen. Er hat aber auch solche Bilder genommen, die natürlich auch Protest vielleicht meinen, aber ich habe nicht gewusst, was sie hier gelandet hat. Ist es ein Handy? Ist es ein Handy? Vielleicht steht sie in einem Geschäft? Ich glaube, es ist ein Handy. Vielleicht hat sie keinen Empfang. Vielleicht ist es ein Handy. Nein, es ist es nicht. Es ist etwas anderes. Hier sieht man vielleicht schon etwas, dass es Polizisten gibt oder Soldaten. Vielleicht ist es eine Demonstration. Das ist das, was der Künstler gibt. Und das ist das, was der Künstler gibt. Das ist das, was der Künstler gibt. Ich habe nur gedacht, warum macht ihr das nur den Fußballplatz? Warum nicht in der Küche? Das hat der Künstler gemacht. Und eigentlich ist das das Bild. Oh, ja. Und jetzt habe ich noch gedacht, von diesen Männern, die dann auch in der Küche, die Boden machen, brauchen wir mehr. Ja. Ja, ja. 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 Ja, 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 ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Hallo und meine 다른 assessor. Das ist das Kunstwerk. Möchte jemand malen? Wer möchte malen? Wer möchte malen? Den Pinsel nehmen. Eine Farbe. Das, was du möchtest. Du kannst die Farbe ändern. Pinsel ändern. Sehr gut. Siehe? Siehe? Ja. Ich glaube, ich kann nicht auf jeden Fall sehen. Das hat der Pinzweller ausgemacht. Es ist nicht einfach, auch wenn es digital ist. Kann jemand diese Person schon erklären? Barack Obama. Es ist ein Pressefoto gewesen vor ein paar Wochen, was sehr bekannt geworden ist. Es ist ein Pressefoto gewesen vor ein paar Wochen, was sehr bekannt geworden ist. Und das war bei einer großen Konferenz in Deutschland für den Berg. Das ist jetzt echt. Und das ist das Band, was ich gemacht habe. Und das war die von der Knie. Ah, so ist das. Hier sind noch ein paar Zitate, aber es sind besondere Zitate. Es gibt zwei Bilder davon, und das Richtige ist. Und das heißt, die Rechen anzukunen. Ich könnte jetzt noch lange weitermachen, ich will es aber nicht. Ich möchte noch ein paar Zitate. Ich habe heute Nacht etwas gemacht. Oh! 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 Ein, zwei, drei, vier. Was hat das möglich? Soll ich ganz seine? I like it! Kanzler! Das ist das super! Was? Ich bin sehr glücklich. Kanzler! Du hast einenούμεiden! Das war's für heute. Ich bin der, ich bin der, ich bin der, ich bin der. Und zum schnellen Abschluss viel leicht mal hier dabei. Und zum schnellen Abschluss viel leicht mal hier dabei. Und zum schnellen Abschluss viel leicht mal hier dabei. Und zum schnellen Abschluss viel leicht mal hier dabei. Und zum schnellen Abschluss viel leicht mal hier dabei. Und zum schnellen Abschluss viel leicht mal hier dabei. Und zum schnellen Abschluss viel leicht mal hier dabei. Und zum schnellen Abschluss viel leicht. Und zum nächsten Mal. Und zum nächsten Mal. Und zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.